Willkommen unter dem Schirm. Hallo zusammen nochmal. Wir sind Leo und Philo von der Gemeinde Gewinnerchen International. Genau. Und wir nennen euch alle herzlich willkommen zu einem neuen Thema, eine neue Serie, ein neuer Monat, ein neues Thema. Wir haben im letzten Monat das Thema, wie kann ich Gott vertrauen, abgeschlossen. Heute, Monat Februar, beginnen wir mit einem neuen Thema. Und wie heißt das neue Thema? Wow, ist ein wundervolles Thema. Und die heißen, wie kann ich vom Gottesgeist geleitet werden? Wow, wie kann ich vom Gottesgeist geleitet werden? Das heißt, wir steigen in ein höheres Level, in eine neue Dimension. Wie kann ich vom Gottesgeist geleitet werden? Bevor wir anfangen, werde ich einmal kurz beten. Und zwar danke, Vater, für die Möglichkeit, die wir hier sein können. Danke, Vater, wie wir das neue Thema vorstellen können, präsentieren können. Aber wir wollen es nicht nur vorstellen oder präsentieren, sondern wir wollen es für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wie kann ich vom Gottesgeist geleitet werden, dass diese Lehre in unserem Leben sich widerspiegelt und dass wir selbst davon ein Beispiel sein können, wie ist es, von dir geleitet zu werden. Segne dieses Thema, segne unser Leben, segne jeder, der es zuhören wird, Vater. Und all das bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Amen. So, Leo, du kannst beginnen und stell uns vor, was du vorbereitet hast. Also, okay, bevor ich erstmal anfange, mag der Herr uns unterstützen, heute im Namen, Jesus. Amen. Der Thema ist, oder das Thema ist, wie kann ich vom Gottesgeist geleitet werden? Hier geht es um Leitung. Die ganze Menschheit, die ganze Menschen auf der Erde suchen nach Leitung. Aber die wissen das gar nicht. Wir suchen das, das ist, das ist Möglichkeit, jemandem zu sagen, was ich tue, wenn ich die tue, mit, wenn ich tue, die Leitung, unbewusst von uns alle. Jemanden suchen nach der Leitung. Jemanden, die mir sagen, wer machst du das, wer soll das nicht machen, das suchen alle, unbewusst von uns. Und heute werde ich weiter etwas von uns sagen, weil wir haben im letzten Monat über Vertrauen geredet und vor uns vorgestellt. Aber wir können vom Gottesgeist geleitet werden oder wir können vom Gottesgeist folgen, indem wir auf Gott vertrauen. Das heißt, unser Vertrauen ist erstmal der Schlüssel, in dem wir Gott brauchen, um zu leiten. Und wenn wir Gott vertrauen, oder wenn wir seinem Gott vertrauen, dann wird Gott uns, dann wird Gott auch zurück reagieren. Und er reagiert durch die Beziehung. Das heißt, bevor ich heute anfange, über diese Gottesleitung, wie kann man von Gott geleitet werden, werde ich heute eine sehr starke Beispiele zu uns geben. Es gibt einen Mann in der Bibel, der Mann war kein Prophet, weil viele Leute denken, du musst ein Prophet, ein Pastor, ein Diakon, ein Bischof, ein Papp sein, bevor Gott dich leitet. Das ist falsch. Das ist was falsch. Gott kann dich leiten, wie du bist. Wo du jetzt dich befindest. Egal was du in deinem Kopf hast. Gott kann dich trotzdem leiten. Es ist nicht abhängig. Es gibt keine Bedingungen, bevor Gott dich leiten muss. Das muss wir heute gucken. Es gibt einen Mann, und diesen Mann heißt Adam. Und Adam war kein Prophet. Adam war kein Diakon. Adam war ein Mann wie du und ich. Ein Mann wie du, Willow. Ein Mann wie ich. Adam war nicht ein Prophet, aber trotzdem, Gott hat ihn geleitet. Aber trotzdem, Gott hat seine Angesicht zu ihm gezeigt. Aber trotzdem, Gott hat eine Beziehung mit ihm. Du musst dich nicht so klein machen, zu sagen, ich bin kein Pastor, Gott kann mich nicht leiten. Gott hat dich schon geleitet. Das Video heute zu gucken, ist eine Zeichen. Gott hat dich hier hingeleitet. Und er will dich so weiterleiten. Heute werden wir über Adam lesen, zu gucken, wie hat Gott diesen Mann geleitet. Wir wissen das, er war kein Prophet, er war kein Pastor, er hat keine Kirche. Er war ein normaler Mann, die einfach keine Körper hat, die einfach keine Seele hat, die einfach keinen Geist hat, die einfach Blut fließt einfach in seiner Wehne. Blut fließt wie uns, es ist ganz normal. Aber etwas hat er, das wir uns heute wissen, von Gott zu leiten werden, von Gott diese Leitung zu spüren, diese Leitung zu haben. Erstmal werden wir 1. Mose, Kapitel 3, Vers 8 bis 9 lesen. Das wäre der Philoton. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 8 und 9. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 8 und 9. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn. Warte, warte, warte. Was hat er gesagt? Sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn. Und meine Frage hier ist, Stimme und Leitung ist etwas mit Allah gebunden. Das heißt, die hören immer was. Was hörst du jetzt? Was hörst du als ein Mann? Was hörst du als eine Frau? Was hörst du als ein Vater? Was hörst du als ein Kind? In das Familie? In deiner Familie? Wo du dich jetzt befindest? Das musst du heute fragen. Was hör ich? Weil, was du hörst, beeinflusst dein Leben. Was du hörst, influenzieren, ist wie ein Influencer. Die mag dich, die beeinflusst dich. Was ist das weiter? Wir lesen immer noch in 1. Mose Kapitel 3, Vers 8 und 9. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten umherging. Als der Tag kühl geworden war, da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm, Wo bist du? Wow. Das ist eine starke Frage. Manchmal, ich kann nicht viel in der Vater fragen, wenn du mich nicht kennst. Mhm. Und ich komme, und einen Tag, ich frage dich, wo bist du? Wie reagierst du zu mir, oder was? Wer bist du? Was willst du von mir? Aber, ich kann dich nur fragen, wo bist du? Nur, wenn du etwas schon gehabt hast. Ja, also eine Freundschaft, eine Beziehung. Das heißt, Beziehung ist eine Schlüssel, die wir alle brauchen, um die Leitung von Gott zu erfahren. Das ist die Grundbasis. Die Grundbasis. Beziehung. Erstmal, du vertraust ihn, und danach reagierst du zurück mit Beziehung. Das heißt, deine Vertrauen offen in den Tor, und die Beziehung von Gott bringst du rein ins Haus. Das heißt, Adam konnte Gott verstehen, und Adam konnte mit Gott reden, wie ich mit dir jetzt rede, und mit den Menschen arbeite. Deswegen, und heute, müssen wir uns innerlich fragen, wie habe ich das Spür, das Leid von Gott gespürt? Deswegen werde ich dir viele Leute fragen, in deinem Leben, du bist jetzt mittlerweile Christ geworden, oder lange Zeit? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Halleluja. Und diese Zeit, wie hast du das, wie hast du das, 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 das Leid von Gott gespürt, und wie kannst du uns heute sagen, wie können wir das reagieren? Weil ich habe dir immer gesagt, wir vertrauen auf Gott, und Gott reagiert in den Beziehungen, dann kann er uns leiden. So, wie hast du das geschafft? Ich denke, wir fangen damit erstmal an, dass man das Wort Gottes liest. Aha. Und indem man Gottes Wort liest, und Gott vertraut, Gott anbietet, kann man, und tut man ja, sein Anliegen, egal was, ob positiv oder negativ, jede Situation, jedem Wunsch, jedem Bedürfnis, vor Gottes Thron, vorlegen, und dann einfach, Gott alles zu überlassen, damit er, damit der Geist Gottes, in deinem Leben, alles übernimmt, dass der Geist dich leitet, und dich führt, so, dass sein Wille immer geschieht. Also, oft tun wir Menschen, selbst immer eingreifen, aber ich habe, Ich lebe das Wort, selbst eingreifen. Das heißt, wir versuchen, uns selber zu leiten. Ja, oder selbst alles in die Hand, zu kontrollieren, zu steuern, wie wir es wollen. Das heißt, wieso, aufgeben? Ja, sich hingeben. Und einfach auf Gott zu fokussieren. Efach auf Gott zu konzentrieren. Genau. Das ist, ich glaube, deswegen haben wir ja, das Jahresmotto, sich hingeben, oder sich ergeben, und fokussieren, allein auf Jesus Christus. Denn, letztendlich, sich ergeben, heißt, ist für manchen eine Niederlage. Ja, ja, ja. gerade in Gottes Geist, sich ihm zu ergeben, ist etwas, Gott zu übergeben, damit er alles steuert und leitet, wie er will. und ich kann nur von eigenen Erfahrungen sprechen, dass wenn ich mich Gott hingegeben habe und alles ihm überlassen habe, dass er gesteuert hat. Ja. Und Gott weiß immer, wie er uns am besten aus jeglichen Situationen rausholt, um dann genau zu dem Ziel zu kommen, was Gott für uns möchte. Ja. Das Beste und die besten Entscheidungen, die beste Leitung kann nur Gott übernehmen. Ja. Daher mag ich es. Es ist nicht immer einfach. Ja. Weil, weil oft wollen wir als Mensch, als Frau oder als Mann, ist ja egal, aber einfach die Sache in die Hand nehmen. Okay, jetzt machen wir das so, damit es schnell geht. Aber ich habe einfach immer wieder erfahren, dass Gottes Zeit die perfekte Zeit ist. Amen. Und auch Gott alles überlassen. Ja. Dass sein Geist, dass der Geist Gottes die Leitung in unserem Leben übernimmt, einfach die beste Entscheidung ist. Und auch am Ende, am Ende der Sache, der Geschichte, des Wunsches, des Problems, immer ein gutes Ende gibt, weil Gott alles übernommen hat, weil Gott eingegriffen hat, weil Gott alles so vollendet hat, wie Gott selbst es möchte. Ja. Und das können wir nur dann tun, wenn wir uns dem Gottesgeist übergeben oder ergeben und dass der Gottesgeist einfach alles übernimmt. und ja, es ist, es ist, glaube ich, die beste Entscheidung. Es ist die beste Entscheidung. Okay. Wir werden abläufen dieser Serien, wir können heute sagen, heute ist Teil 1 oder Intro, wir können auch sagen, heute ist Teil 1, nehmen wir es so an. Aber wir haben vier Empfehlungen für euch. Wie kann man oder wie kann ich vom Gottesgeist gelandet werden? Es gibt viele Fühlungen. Und aus vielen Worten heute, sie hat was da mir gesagt. Wenn es schlecht ist, wenn es gut ist, einfach Gottes Leitung folgen. Aber manchmal ist es nicht so einfach, Gottes Leitung zu verstehen. Weil der Bibel hat uns gesagt, sein Weg ist nicht unser Weg. Sein Gedanken ist nicht unser Gedanken. Das heißt, Gottes Leitung ist einfach, wenn der Körper muss sterben. Gottes Leitung bedeutet, meine Gedanken müssen ausgeschaltet werden. Gottes Leitung bedeutet, ich muss nicht mehr gucken, was der Menschen zu mir tue, aber ich muss einfach glauben, was steht geschrieben in Gottes Wort. Weil letztendlich ist Gottes Wort stärker, mächtiger oder wichtiger wie ein Menschenwort. Das heißt, weil das alteste, das alteste Wort in der ganzen Welt ist Gottes Wort. Das heißt, das alteste ist immer die höchste. Die alteste kennt viel, als du die jetzt bekommst. Deswegen, wir werden in dieser Serie nochmal vier Empfehlungen zu uns geben, aber heute gibt es ja noch eine. Und diese eine wird uns erreichen, die ganze Woche erfolgreich mit Gottes Leitung zu gehen, zu spüren, zu erleben, zu genießen und auch zu jubeln. Weil Gott ist nicht gegen uns. Gott ist vor uns. Gott hasst uns nicht. Gott ist nicht böse mit uns, sondern Gott ist nicht nur wutend auf uns. Gott hat seinen Sohn geoffert. Warum? Weil er block uns. Weil er auch liebt. Er liebt uns so sehr. Er will uns leiten. Unsere ganze Welt ist auseinander heute, weil er eine Leitung fehlt. Jemand muss unsere Welt leiten. Und jemand, der uns leiten will, ist unser Vater durch den Geist, wie Heiliger Geist heißt. Er ist in uns. Aber wer muss es mit dem Platz geben, um zu errichten, wie unsere ganze Leitung ist, sich ergeben und fokussieren allein auf Jesus Christus. Weil, indem wir das machen, dann werden wir seine Segen, seine Kraft, seine Hoffnung alles erleben. Wir werden das erste Wort, die erste Empfehlung, die erste Empfehlung heute erfangen. Da werden wir in Joshua, Joshua, lesen heute. Joshua, Kapitel 1, Vers 8. Und dort steht geschrieben, sag dir die Gebote immer wieder auf. Auffassen, wenn wir, ich muss immer schon erklären, wenn wir hier Gebote hören, es ist nicht nur die Gebote, die du hast gehört in der Kirche oder irgendwo. Die Gebote hier ist nicht, du magst das nicht, du magst das nicht, du magst das nicht, nein, 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 das meint sie nicht. Die Gebote hier heißt, Gottes Wort, das Wort hier, das Wort hier, die steht geschrieben, das ist die Gebote. Das ist die Gebote, der Herr meinte, nicht nur, du musst das nicht, du musst das nicht, der Herr sagt dir nicht so, weil er liebt die Soße, er hat einen Plan und der Plan ist hier geschrieben und ist der Plan, wie unser Vater zu uns zeigen, durch es mal meditieren. Les weiter bitte. Les dich, ich lese mal von vorne. Vor Anfang an, ja. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach innen ausrichtest. Aha. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Okay. Und hast du gesagt, du sollst auf diese Gebote Tag und Nacht. Das heißt, Gottes Leitung ist nicht abhängig mit der Zeit. Das heißt, Gott leitet mich morgen, abends, ich bin ja Chef. Oder Gott leitet abends, ich bin morgen Chef. Gottes Leitung muss man ständig folgen. Gottes Leitung muss man ständig vertrauen. Und wie kann ich in diese Leitung reinkommen, durch Meditieren. Durch Meditation. Und Meditation heißt nicht einfach lesen. Viele der Arten noch nicht verstehen, was das Wort Meditation bedeutet. Meditation ist eine Akt, die man übt. Etwas tief reinzugreifen. Etwas stark zu erleben. Etwas stark zu verstehen. Meditation ist ein Moment, du siehst da, aber dein Kopf ist nicht, dein Geist ist nicht da. Lesen, du kannst lesen, die ganzen Leute, sobald sie vielleicht etwas gelesen, das ist lesen. Meditation heißt, viele können auf diese Stelle, nur die einen Ort, die sie jetzt in drei Minuten oder Sekunden gelesen, fünf Jahre da bleiben. Deswegen, er hat uns was gegeben. Gewinnerschäm international. Gewinnerschäm international ist eine Kirche, wir bemühen uns, nicht nur seine Gegenwart zu besuchen. Wir bemühen uns, wir streben nach dem Gegenwart, nicht nur zu besuchen und nach Hause zu gehen. Wir streben nach dem Gegenwart, dass er uns leitet, dass er uns etwas gibt. Wir bleiben in seinem Gegenwart. Wir wachsen in seinem Gegenwart. Wir leben in seinem Gegenwart, weil durch das werden wir ähnlicher wie Jesus. Durch das, durch das, durch das können wir als Menschen ähnlicher, 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 Ebenbild. Wir sind komplett zusammen mit uns. Wie er war, so werden wir, so sind wir hier auf der Erde. Das machen wir in Gewinnerschäm international. Ist eine Ort, wo wir wachsen, um Gottes Geist zu bleiben, um Gottes Leitung zu fühlen, um Gottes Leitung zu folgen. Gottes Leitung zu folgen, ist die einfachste, ist die einfachste, einfachste Worte oder Akte in unserem Leben. Lass uns weiter machen. Bist du schon zum Ende gekommen? Ich bin hier gebremst, weil ich einfach was in meinem Geist gehört habe. Der Herr möchte was zu uns sagen. Der Herr hat einen Plan, weil ich war in meinem Geist eben gebremst. Ich spüre das manchmal, ich spüre das manchmal, aber heute hat es nie gekommen. Und das Bremsen bedeutet, der Herr möchte in unsere Erde reinkommen. Der Herr möchte was mächtig machen. Der Herr möchte was ändern in deinen Gedanken, in meinen Gedanken, in unserer Welt. Der Herr ist hier, der Herr ist hier, Kabodosia. Der Herr ist hier, Maro Sitzata, Inkurahata. Lass uns erstmal lesen, Das Buch 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 17. Halleluja. Möchte der Herr sein Wort sehen. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 17. Es steht geschrieben, Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts zuversichtliches Vertrauen haben, dass genau wie er ist, auch wir in dieser Welt sind. Genau wie er ist. Die Aufgabe für uns heute ist diese Frage, die Frage ist, wie war er? Das ist für uns eine Aufgabe für uns heute. Wie war er? Wie war er? Frag dich nach. Und von daher, von daher werden wir zusammen und diese Gottesleitung spüren, führen, führen, vor dem Namen Jesus. Amen. Ja, wir sind jetzt auch schon zum Ende gekommen. Wir werden nächste Woche weitermachen mit dem Thema, wie kann ich von Gottes Geist geleitet werden? Und es ist immer wieder eine Freude, mit euch hier zu sein. Und ich hoffe, es gefällt euch und es ist auch eine Lehre für euch und sowohl auch für uns alle. Und dass wir in Gottes Geist einfach alle zusammen wachsen können. Amen. Dann werden wir uns verabschieden und wir wünschen euch eine schöne Woche oder eine gute Stadt in eine neue Woche. Möge er euch schützen, bewahren, lasst die Arme auf euch leuchten und sei gnädig zu euch. Im Namen Jesus. Amen. Bevor wir gehen, vergesst das nicht. Kommen unter den Schirm. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.